Bobby, was sagst du zu der 10. Runde, der 10. Hälfte? War eine gute Hälfte auf jeden Fall. War eine gute Hälfte, ich habe gehört, du warst ziemlich weit vorne, so was die schönen Headshots angeht. Naja, ich glaube jeder hat Headshots gemacht, sonst hätten wir nicht 14-1 gewonnen. Der Boss ist einfach Katas reingerannt und hat nur Headshots gemacht, einfach so. So, wieder Boss. Durchschnitt vorlaufen, sonst wäre es ja auch nicht gegangen. Noch was? Klar, gleich. Ich glaube, der Rudi hat noch ein paar Fragen an euch. Ja, gleich. Wann spielen wir?